So, herzlich willkommen zurück. Jawoll, ja, ich habe neue Ausrüstung. Ich verwende das jetzt einfach mal so. Einen neuen Stab, eine neue Rüstung und ich glaube neue Hosen. Wow. Ja, ich habe unfassbar viel gefunden und kann nichts davon verwenden, wenn alles schlechter ist. Toll. Das ist, weil du dir immer so teure Sachen kaufst. Deswegen platze ich auch vor Geld und du nicht. Mir ist egal. Ich brauche das Geld hier sowieso nicht, außer für Rüstung. Ja, aber ich hebe mir die auch für später. Starke Waffen und sowas. Guck mal, Ox. Oh, schön, ich mache jetzt Elementschaden. Oh nein, hier ist wieder so ein dicker Rüstung. Toll. Ich klopfe schon auf einen drauf. Aber das war der nicht. Oh, ich mache jetzt elementaren Schaden. Das ist toll. Hallo, darf ich jetzt mal um die Ecke? Danke. Kann der jetzt mal sterben? Der ist doch tot. Ja, bei mir dauert es wahrscheinlich immer ein bisschen länger wegen meinem Internet. Ja, macht ja nichts. Yeah, ich habe ihn gerade geköpft. Ich habe es gesehen. Der Kopf ist noch darunter gekullert. Aber in was für einer tollen Sequenz. Und ich klaue mal wieder die Umgebung. Ah, ich habe dir aber ein paar Tränke gegeben. Das kannst du vielleicht erwähnen. Ach so, ja. Wo sollen wir lang gehen? Unten? Durchs Wasser oder oben? Ich glaube, durch Wasser geht gar nicht, oder? Ah, ja. Stimmt. Wir müssen nämlich oben lang und dann unten ins Wasser. Okay. Dürfen wir nicht vergessen. Da sind viele große Kisten. Ich weiß. Aber ich habe aber manchmal auch geklappt. Ich hoffe, für euch ist das jetzt nicht so schlimm, dass man mich ab und zu auf den Kasten hämmern hört. Aber das Mikro nimmt jetzt alles so genau auf. Ich habe jetzt ein Stück von mir weggeschoben, aber ich glaube nicht, dass das viel geholfen hat. Keine Sorge. Meine Zuschauer sind das schon von mir gewöhnt. So. Dann. Der lebt ja immer noch. Ja. Zack. Ich habe ihn diesmal geköpft. Ja. Bei mir ist der Kopf weggeflogen. Ich denke, der Typ ist eigentlich... Ja. Müssen wir hier runterspringen? Ah, nee. Hier rüber. Ich sehe es gerade nicht, weil hier Bäume sind. Ah, ja. Hier ist eine Höhle. Ah. Aber so können wir nicht in den Fluss. Oder doch? Doch. Ich denke schon. Ja, siehst du. Wir sind hier. Cool. Dann wird mal gesammelt. Boah, ich kriege so eine doofe Kiste nicht kaputt. Ich glaube, wir hätten müssen aber, glaube ich, zuerst in die Höhle. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ah, nee. Ich glaube, wir kommen noch in die Höhle. Ja, wir müssen sowieso wieder den Weg zurücklaufen. Die Schriftrolle des Hexenmeisters habe ich auf jeden Fall. War das irgendwie eine Quest, die wir hatten? Ja. So, ich laufe da mal außen rum. Ja, ich habe gerade neue Handschuhe gefunden, die auch, oh Wunder, mal wieder schlechter sind. Ach, mach dir doch nichts draus. Irgendwann findest du auch stärkere Sachen. Oh, da kann ich was klauen. Wo bist du denn jetzt gerade? Nee, von der Höhle? Ich bin auch... Ja, ich bin wieder in der Höhle. Ich bin unten runter und dann bin ich außenrum gelaufen. Ja, ich bin schon hinter dem. Ach, wir sind das jetzt schon wieder von der Höhle. Da müssen wir aber nicht langen. Das ist einfach nur so... Nee, die ist optional, soweit ich mich erinnere. Okay. Mit optionalen Gegnern, die uns töten wollen. Ja, und ich glaube, da kommen noch optionale andere Gegner, die uns töten wollen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat der gerade geschrien? Na los, du Rindvieh! Keine Ahnung, ich habe es nicht gehört. Ich glaube, die schreien bei uns auch unterschiedliche Sachen. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Na, lassen wir erst mal hier lang. Ja, und dann geht's wieder raus. Ja, da gehen wir noch nicht lang. Nee. Ich meine, die Höhle hat hier noch ein paar Eingänge. Immer so versteckt. Alles. Verwinkelt. Ich mag das nicht. Ich bin in den Spiel... Ah, da kommen wir... Wenn wir da rauskommen, kommen wir übrigens wieder am Fluss raus. Oh, ja, und da ist ein Höhlen-Troll. Ja, dann... Ja, wir müssen die Höhlen-Troll. Der Tiffany ist schon voll dabei. Achtung, Troll. Ja. Das Gute ist aber, die Trolle greifen auch die umliegenden Gegner an. Ja, unabsichtlich. Au. Oh, nein. Geh weg. Lauf, lauf in meine Richtung. Ich kann nicht. Ich hänge da fest. Oh, toll. Toll, da ist nämlich genau der... Er hat mich ja gar festgehalten. Ich brauche die Kotzblase. Ja. Hier ist die Kotzblase. Hier ist die Kotzblase. Ich bin schon drin. Aber der... Ja, da ist aber auch der Troll jetzt drin. Oh, fuck. Ja, Mann, ich bin am Boden. Ich... Ich... Ja, du kriegst ja gerade geholfen. Nee. Boah, scheiße. Tiffany, hilf mir. So, ja. Oh, fuck. Da ist noch so ein... Vetter mit einer Rüstung. Ja, ich sehe ihn. Ich versuche jetzt erstmal den Kleinen hier noch aus dem Weg zu klatschen. Boah, ist ja übel. Einen Drang nach dem anderen geballert gerade. Oh, Mann. Ah, ich häng' fest. Ah, fuck, ey. Scheiße. Oh, nicht schon wieder. Ah, jetzt hält er dich schon wieder fest. Ja, gut. Dann können wir wenigstens... Ich... Ich raff dieses, äh... Minispiel nicht hier. Das Quick-Term Event. Egal, wie fest du hämmerst, du kriegst trotzdem auf die Fresse. Ich glaub... Ja, ich glaub, das ist einfach nur, wenn du nicht hämmerst, beiß er dir den Kopf ab. Toll. Ist er tot? Ne. Er hält noch ein bisschen was aus. Achtung! Toll. Oh, meine Fresse. Ich krieg' jetzt gar nichts mehr in den Ende. Mir geht's... Mir geht's grad nicht besser, glaub mir. Eine Höhle ist auch ein echt beschissener Kampf gegen den Höhlentraul. Okay, das macht aber irgendwie Sinn, wenn ich das grad so meinen Satz überdenke. So, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir können die Höhle weiter erforschen. Ich hab'n Levelaufstieg. Endlich mal. Yeah. Schön. Oh, ein Schild vom Levelberg. Schön, ich kann ganz viel klauen. Ich kann ganz viel mitgehen lassen. Ja. Ich level mich mal kurz auf, ja? Ja, ich guck schon mal die... Wie ist hier... Ach, ich kann mich in die Kotzblase so lang stellen. Mal gucken, was ich aufgenommen hab. Machen wir auf jeden Fall Stärke, Ausdauer... Ausdauer mach' ich zwei. Ach, du Heilige! Was hab' ich denn hier alles? Hammer! Ein Hammer. Ich hab'n Hammer. Was war das nochmal? Überraschungseingriff. Höchstenschade im Heldenmodus und verbessere dir Ratung. Was ist denn das? Oh, schön. Mal gucken. Ich guck' mal schon mal den... ...den nächsten Weg an. Mach' einfach mal das. Was ist denn in drinnen? Das ist bestimmt ne Technik für dich. Plus drei Stärken. Also in dem anderen Weg sind es nur noch ne... ...sind nur noch ein paar Kisten, die ich kaputt gemacht hab'. Okay. Okay, sonst hab' ich nix tolles mehr. War in den Kisten denn irgendwas drin, oder ist das nur Münzen? Ja, da ist auch noch so ein Waldläufer-Gedöns. Weißt du, diese komischen Dinger, die man ab und an auf dem Boden findet. Ich hab' ein bisschen lang gelaufen. Ich bin wieder aus der Höhle draußen. Nee, ich mein' gerade eben, auch da. Da liegen sie auch noch rum. Ach, Frauen. Ich bin jetzt schon wieder hochkommen. Immer so ungeduldig. Wieso? Nie können sie auf einen warten. Aber dann muss man ihre Taschen tragen. Du warst immer froh, dass ich nicht so typisch Frau bin und halt versuch, alles ein bisschen schneller zu machen. Geh' mal mit mir Schuhe kaufen, du brauchst länger wie ich. Nein, das letzte Mal haben wir gleich lang gebraucht. Ja. Schatz, guck mal, hier oben ist noch ne Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Ich weiß es nicht, wie wir da hinkommen. Keine Ahnung. Okay. Aber bevor wir uns jetzt einen Wolf suchen, würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Tiffany ist sowieso schon. Die rennt. Fahr in Urlaub, rennt zu den nächsten Gegnern. Ja. Oh, Gegner, Gegner. Weil ich ihn nicht mal gesehen habe. Spielen will. Dein Ziel ist freundlich. Naja, ob Tiffany so freundlich ist. Und bam. Geh' weg von mir. Oh, Tiffany. Lauf mir doch nicht immer ein. Der Fette. Ich hasse diese Fetten. Ja, ich merk schon. Die hauen mich so schnell zu Brei. Dann kümmere ich mich um den Fetten. Ja, mach du schon mal. So, der Fette ist tot. Ja, ich hab grad mal wieder einen. Ich glaub, ich hab dem grad das Bein aufgeschlagen oder so. Ja, auch nicht schlecht. Wir sind gut. Ja. Hast du jemals daran gezweifelt? Ja. Na, okay. Hey, das ist mein Geheimnis, wo du grad hinläufst. Äh, jo. Aber ich dachte, ich nimm sie einfach mal ab. Ja. Oh, ich hab Schien, mein Schützer. Mal gucken, ob sie was bringen. Oh, tatsächlich. Sie sind besser. Bringt mir nix. Aber sowieso, das würde ich niemals ablegen, wegen dem zweiten Effekt allein schon. Das bringt mir nämlich einiges. Und dem Herrn da auf der anderen Seite auch. Geh ich stark davon aus. Weil irgendwann wird der Zeit kommen, wo er mich wieder mal angammelt. Was heißt denn hier wieder mal? Ich hab dir schon was gekauft, in diesem Spiel. Hab ich drum gebeten? Ja. Nein. Hier geht's runter. Was? Wo geht's runter? Ich bin schon... Ach so. Ich bin schon im nächsten Gebiet. Und Gegner kommen auf mich zu. Ja, dann mach mal. Ich hol mir die Kiste noch. Okay. Oh, Blockbrecher. Oh, ich wusste gar nicht, dass er das kann. Zack. Arm ab. Ach so, das ist Tiffany. Ich dachte, sie werden Orkbogen schützen. Ja, aber hier war im Großen und Ganzen nichts Besonderes drin. Ich bräuchte eine Sprint-Taste. Ja, die gibt's hier gar nicht, ne? Nee. Oh, hier ist wieder so ein großer U-Kai. Mir kommt so vor... Ja, ich merk's. Ach, du kommst jetzt auch nicht mehr an die Kiste dran. Au. Lebst du wieder? Nein. So, erst mal Kotzblase. Aber Tiffany hilft mir und Tiffany hat's geschafft. Ah, gut. Hier ist die Kotzblase. Jetzt ist Tiffany gefallen. Dann hilft Tiffany. Du kannst dich ja immerhin auch noch unsichtbar machen. Ja. Das ist aber nicht immer so geil funktioniert. Ja, belebt euch gegenseitig. Das ist auch geil. Was denn? Ich belebe, fahre in Urlaub wieder und mein Typ sagt, ich dachte, Elben wären dazu bestimmt lange zu leben. Ja, das ist noch einer der wenigen, äh, der weniger Schlimmen. Ach, Schatz, wir sind beide gefallen. Du musst irgendwas machen. Ja, ich... Ich bin schon dabei. Guck mal, die warten aber auch ganz brav ab. Ja, sie sind immer froh, dass die gerade hier abwarten. Wo ist denn Farin Urlaub? Hier, ich belebe ihn gerade wieder. Oh, Alter. Dann mach erst die kleinen, bevor du den großen da anfängst. Ja, der geht mir aber auf den Sack, ey. Der verfolgt sich die ganze Zeit. Ja, aber die kleinen sind schlimmer, weil du dadurch nicht... Du erkennst da nicht, wie der andere schlägt. Das ist das. Da war aber gerade was zum Einsammeln. Oh, egal. Meine Fresse, lass mich doch mal in Ruhe. Die Kotzblase. Stell ich in die Kotzblase. Habe ich nichts von. Ich komme ja nicht irgendwie dazu. Ja, dann stell dich da rein und geh im Kreis. Oh, weißt du was? Alter, übertreiben die jetzt hier voll. Jetzt lass mich doch mal... Ey. Immer ist dieser dumme Penner da hinter mir her. Es tut mir leid, aber ich ziehe den Leuten halt einfach nicht viel ab. Ja, die wollen aber auch nicht sterben. Ja, also die haben irgendeinen Zauber, glaube ich, auf sich. Weil die glühen alle so rot. Ja, das kommt, glaube ich, von dem Dicken. Ja, der hat hier noch einen. Ich würde hier auch gerne was machen, aber... Oh! Statt, der sich mal aus dem Weg rollt. Obwohl ich schon dreimal auf Kreis hämmer. So, jetzt komm her. Ich mach dich jetzt kalt. So, jetzt ist es ja nur noch der. Und hier ist die Kotzblase. Und hier ist ein Adler. Und ein Zauberer wieder mal. Ja, wo kam der denn jetzt her? Ja, das war schon die nächste Front. Ach so. Ach, wir sind wieder an so einem Ort. Jep. Da vorne ist eine Kotzblase, wenn du Energie brauchst. Ja, und wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit. Ja, das können wir jetzt schlicht, ganz schlicht gerade. Ich weiß. Ich sag ja nur. Es ist wie bei dem Part eben. Ja, das wird uns jetzt öfter passieren. Und schon mag ich das Gebiet wieder nicht. Ach, dann warte mal ab, was da noch alles kommt. Ja, komm, jetzt stirb. Okay, lass mich raten, das war es immer noch nicht. Ach, da kommt wieder ein Troll. Der hat gerade einen Bug. Ja, aber der kommt ja gerade nicht durch, ne? Ja, dann lass uns doch den Part irgendwie gerade mal kurz garten. Ja, hoffen wir mal, dass er da nicht durchbricht, weil ich meine, wir können nicht Pause machen. Ja, ich glaube nicht, dass der sich... Doch, jetzt. Okay. Der ist gerade gestorben. Wie geil. Das ist toll. Das könnte öfter passieren. Schön. Dann rüste ich nur noch kurz meinen Bogen aus, den ich nicht ausrüste, weil er schlechter ist. Ach ja, das ist schön. Ja gut, dann lass uns mal hier mit so einem glorreichen Bug zum Ende kommen. Ja, das war schön. Ja. Und ich habe neue Hosen. Das ist schön. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ja, hoffentlich ohne Bugs. Naja, mal abwarten. Also bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.